Drei, zwei, eins. Ja Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Nee, so machen wir das nicht. So machen wir das nicht mehr. Könntest du das einmal machen? Nee, ich mach das nicht mehr. Drei, zwei, eins. Bitte einmal. Okay, soll ich dir zeigen? Wenn ich das mache, werde ich sofort ohnmächtig. Okay, drei, zwei, eins. Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Dewi! Oh mein Gott. Jungwirte, bitte vorsichtig. Wir drehen zusammen ein Video. Ein Video mit der Ex-Freundin. Was für eine tolle Idee. Genau. Ihr habt uns Fragen auf Instagram gestellt. Sehr spezielle Fragen. Das hat Tobi gesagt. Über unsere verstrichene Zeit. Über unsere verblasste, nicht mehr aktuelle Beziehung. Über das, was einmal war. Das, was eventuell noch kommen mag. Das, was in den Sternen... Ihr habt uns Fragen gestellt auf Instagram. Und die beantworten wir jetzt. Tobi, Frage Nummer 1. Wer wäre er bereit für eine neue Beziehung? Ich nicht. 3, 2, 1, ich nicht. Ich vielleicht. Ich habe festgestellt, dass ich gerade überhaupt gar keine Lust darauf habe. mich einzuschränken. Ich will lieber arbeiten, meine Sachen machen. Ich glaube, vielleicht schon, maybe doch. Vielleicht, maybe schon doch. Mal schauen, was kommt. Man weiß nie. Es kommt ja auch immer darauf an, ob es ein Gegenüber gibt. Was findet ihr? Das ist auf jeden Fall so. Wenn jetzt morgen der Typ kommt und dann sage ich hoch. Nächste Frage. Hättet ihr gerne Freundschaft Plus? Nee. Nee. Das wäre, also wirklich... Ich würde nicht mal am liebsten eine normale Freundschaft haben. Ich hätte echt gerne den Kontakt einfach dann... Nee, also jetzt mal Realtalk. Nee, wir sind ja immer noch normale Freunde. Aber Freundschaft Plus wäre sau stressig. Wäre anstrengend. Das würde alles wieder kompliziert machen. Ja, das macht es wieder kompliziert und dann... Nee, lohnt sich auch nicht. Also jetzt... Nee, also... Nee, nee, nee. Also nicht wegen dir. Nächste Frage. Vermisst du die Zeit mit Jody und Jody vermisst du die Zeit mit Rini. Nee, jetzt schon. Wir hatten die Zeit zusammen. Wir hatten die Zeit zusammen. Das ist das Problem. Ja, Jody war mal traurig und ich habe gearbeitet. Wir haben eigentlich eine Ehe geführt, die 40-Jährigen. Das stimmt. Das ist wirklich wahr. Also unsere Beziehung war eine Fülle an allem. Wir haben eine komplette Ehe durchgemacht. Und dann immer eine schöne Entscheidung gehabt. Ja. Was war die Frage? Ob wir es vermissen? Ja, schon teilweise. Doch. Ich denke manchmal auch daran zurück. Und denkst du, das war schon irgendwie schön. Nee, schon doch. Manchmal schon. Ich glaube, es gibt schon Moment, wo man denkt, ach ja, natürlich. Aber dafür sehen wir uns ja auch oft und zu. Und dann füllt sich das wieder auf. Und ich finde es cool, dass wir das jetzt noch mal monetarisieren. Ja, ist auch wichtig für Geld. Ja. Das schmeckt. Revi, was denkst du jetzt von ihrem Onlyfans-Account? Oh, das ist eine spannende Frage. Jody, dein Onlyfans-Account. Hast du dir die Fotos mal angeguckt eigentlich inzwischen? Nee, ich müsste ja dafür bezahlen. Nee, ja, ich kann es dir auch zeigen. Kann ich, kannst du mir zeigen? Boah, finde ich persönlich gesagt, also habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen, finde ich überhaupt nicht schlimm. Your body, your choice sagt man ja an der Stelle auch immer. Und das ist nicht nur eine Floske, sondern ich stehe auch tatsächlich dahinter. Kann sie machen, wie sie möchte. Es war natürlich erstmal, es war erstmal für mich so, hm, okay. Für mich auch. Dann war für mich so, wenn ich ehrlich bin, war für mich so, okay, das ist krass. Also, das klingt jetzt erstmal blöd, das darf ich ja nicht falsch verstehen. Für mich war es erstmal eine Bestätigung. Da dachte ich so, damn. Bis ich dann halt gecheckt habe, was da abgeht. Weil ich wusste ja nicht, was los ist. Ich habe ja gar nicht so, ne? Ja, okay, okay, das kann ich verstehen. Aber das hat ja gar nichts mit finanziellem zu tun gehabt, tatsächlich. Da verdient sie auch kein Geld. Ich verdiene echt krasses, gutes Geld. Aber das war ja nicht der Grund, warum ich das gemacht habe. Und auch nicht der Grund, warum ich das jetzt mache. Ja, ne, also ich finde sie schlimm. Hattet ihr nach eurer Beziehung schon andere Partner, egal ob nur für eine Nacht oder Beziehung? Ja. Rebi, warum hast du Akani mitgenommen? Weil es von Anfang an die Abmachung war. Von Anfang an war das nicht die Abmachung. Also die ganze Storyline, jetzt decken wir mal ganz kurz hier auf. Cengiz hat sich diesen Hund gekauft. Cengiz hat gemerkt, oh ich bin allergisch und die Katzen, das funktioniert nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen den. Jody war richtig verliebt und meinte, boah geil, ich will unbedingt einen Hund. Da war der Hund eine Nacht da, warte, da war der Hund eine Nacht da. Jody hat gesagt, boah nee, ich kann mir das doch nicht vorstellen. Dann war ich aber schon so verliebt in den Hund, dass ich gesagt habe, ich will den haben. Zuerst war der Deal 80-20, Jody, das ist dein Hund und dann 20% meiner. Das hat sie aber dann irgendwann geflippt, dass es andersrum war. Und dann habe ich ihn einfach behalten, weil ich ihn zu sehr liebe. Ehrenmann, Bro. Eigentlich wollte Jody den ursprünglich haben, dann wollte sie ihn doch nicht mehr haben. Ich wollte ihn nicht, ich wollte immer einen Hund haben. Aber nicht den. Erstmal nicht den, das ist schon ein sehr anstrengender Hund, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann auch nicht so schnell so reingeworfen und dann habe ich gemerkt für mich selbst, das ist nicht das, was ich jetzt gerade brauche. Wann hattet ihr euer letztes Mal zu ***? Oh, schon lang her. Jetzt von heute an, rückwirkend, von der Woche. Einen Monat? Du so. Seid ihr kreativer slash motivierter bei Dingen, die euch gefallen und könnt ihr euch jetzt mehr entfalten? Jody ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube ich auch, ja. Ich glaube du auch. Kastanienmenschen mache ich jetzt. Oh süß, ja. Mit Streichhölzungen. Wir gehen morgen wieder sammeln, Tobi. Wir gehen morgen wieder. Es ist voll krass, weil Tobi muss immer so 40 Kilo Kastanien schleppen. Ich sammle immer richtig viele. Würdet ihr euch jemals wieder eine zweite Chance geben? Never say never. Wir haben gerade eben schon darüber geredet in meinem Video, aber ich glaube wir können uns das beide nicht so vorstellen, dass es noch mal passieren könnte. Wie gesagt, ich habe gesagt, wer weiß, was in 30, 40, 50 Jahren ist, wenn wir auf einmal wieder ein zweites Frühling, da weiß man ja nicht. Aber stell dir vor, wir haben so Familie, keine Ahnung alles. 50 Jahre, dann sind wir 80, Mann. Ja, stell dir mal vor, dann brennen wir noch mal durch. Wie lustig. Dann brennen wir durch, dann fliehen wir aus dem Altersheim. Komm, lass machen. Ja, also da muss doch schon einiges passieren. Da muss Jodie schon noch einiges machen, damit sie da ... Ich will gar nichts machen. Aber never say never. Hey, never say never. Aber man hat ja irgendwo eine Connection. Ja, und die ist gut so, wie sie ist. Fühlst du noch was für Jodie oder fühlt Jodie noch was für dich? Also ist es wirklich nur Freundschaft alle Gefühle weg oder ... Ja, also so dieses Romantische ist auf jeden Fall verschwunden. Aber ich hab ... Das war ja schon vor vier Jahren so, ne? Oh, Mensch. Nee, aber so ... Ich würd tatsächlich sagen, Sebastian ist für mich mehr als ein Freund, würd ich auf jeden Fall sagen. Also es ist schon so eine Liebe, die nie zu Ende gehen wird. Aber auch keiner romantischen Art und Weise. Sondern einfach ... Du bist mir sehr wichtig. Find, jetzt kann ich anfangen, viele Videos mit der Ex-Freundin. Schwieriges Thema. Dann machen wir so Contest. Ex-Freundin versus neue Freundin. Der Kampf. Hast du sie bei Onlyfans abonniert? Das habt ihr ja vorher doch schon ... Ja, ihr habt ja die Fotos noch nicht mehr gesehen. Nee. Nee, hab ich tatsächlich nicht. Kannst du mir die fünf Euro nicht, oder was? Ich hab dich immer noch als willst zu schreiben. Jeden Monat spend ich dir fünf Euro. Ich kann dir jetzt fünf Euro geben, wenn du willst, aber ich brauch dafür nicht deine Bilder. Das geht auch so. Also deine nächste Frage, bitte. Habt ihr schon jemand Neues in Aussicht? Sag niemals nie. Vielleicht, vielleicht nicht. Man kann es nicht sagen. Je nachdem, was passiert. Dieses Leben ist jung, die Nacht ist alt. Ich schließe mich an. Kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Ob gerade jemand im Leben steht, der sowas ... Produziell ja, vielleicht. Weiß man ja nicht. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Man kann es nicht sagen. Mach nächste Frage einfach. Hat Jodie schon mal einen ... Vorgetäuscht? Auf jeden Fall. Same, ich auch. Ja. Weil ich keinen Bock mehr hatte einfach. Ja, manchmal ist das so. Ist doch voll in Ordnung. Aber ich finde ... Nee, meistens eigentlich nicht. Ja, kann ich aber nachvollziehen. Hättest du aber nicht machen müssen. Du hättest auch einfach sagen können, okay, stopp, und dann hätten wir auch ... Hättest du auch sagen können. Ja, hab ich auch. Also, nee, nicht auch. Nächste Frage. Habt ihr nach eurer Trennung noch mal ... Nein. Nein. Ähm, ja, das ist die letzte Frage. Vermisst ihr den ... Oder ich frage erst mal eins zu. Vermisst du den ... Mit Jodie. Ähm ... Es war auf jeden Fall was anders, weil halt ... Gefühle im Spiel waren. Es war auf jeden Fall vertrauter. Man ist halt irgendwann eingegroovt so. Ja. Aber ... Ich glaube, wenn wir ... Wir sind jetzt an einem ganz anderen Punkt. Jetzt auch eine coole Frisur jetzt. Coole Frisur hab ich jetzt. Gelbe Haare. Nein, aber was ... Ich hab den geschminkt. Der hat Clowns Gesicht voll drauf. Und diese Anklebaugen. Kennst du diese Wackelaugen? Ja, Leute. Danke fürs Zusehen. 2 cm mehr als vorher. Das mach ich gerade. Super. Ja, Leute. Das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich sag an der steht ...